Die Diener der Nacht sind hier. Wohin soll ich gehen? Ich höre... Seid auf der Hut. Wir sind in Gefahr. Feinde! Zu den Bögen! Okay, was? Nacht sind hier. Was soll ich tun? Los, Schwestern! Befehlt vorwärts, Schwestern! Wohin soll ich gehen? In Windeseilen! Elends Segen! Wir sind in Gefahr! Oh, ich habe den Windschütze verloren. So, Meisterjäger brauchen wir jetzt. Hat er die Jäger-Gilde besser gesagt? So sei es. Befehlt! Los, Schwestern! Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil! In Windeseile! Ich höre... Ich kann das. So hat er mich geschenkt. ... Ich habe es representatives als Erwin? Ich mach. Ja, wir müssen hier nicht. Dieoraus.... Krä E year an. Das ist nicht einiges. Oh, Zeug. Ja, das Gute ist, sie gehen halt auch wieder auf die Position. Oh. Da legt sich jemand mit einem Schwarzwölf an, um an Nahrung zu kommen. Was ihr wollt. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Äh, nein, die will ich doch nicht. Äh, nochmal Wind schützen. Was gibt es? Ist der Angriff vorüber? Noch nicht. Eine Welle kommt noch. Die letzte und schlimmste. Gut. Was ihr wollt. Wissen wir schon mal Bescheid? Euch können wir jetzt hier rüber schicken und da einen Liniasammler errichten. Lassen. Können hier wieder fünf Arbeiter. Hier ist dann noch das große Haupthaus und den... Mein Burgen für die Rune. Seid auf der Hut. Los, Schwestern. Vorwärts, Schwestern. Die Eisenhütte errichten. Was ist euer Begehr? Also die da, das Eisenlager, das verdammt teuer ist. So sei es. Und verdammt groß auch. Davon bauen wir nur eins. Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil. Was soll ich noch mal? Ja. Ich schneide. Was soll ich noch mal? Dann geht's. Dann geht's. Schnell. Okay, die letzte Welle kommt schon. Befehl, Sie kreisen uns ein. Vorsicht, Gegner! Ich höre, es sind zu viele. Wohin soll ich gehen? So, das meiste haben wir ja schon zurückgeschlagen. So, ein großes Haupthaus. So, was sagt die Quest? Die Angriffe sind abgewehrt. Nun geht es die restlichen Truppe der Feinde aufzureiben bis zum Portal. Zum Gegenangriff! Treibt sie zum Portal zurück! Bis Grautschattentat durchzubrechen. Das Portal sollte jedoch nicht durchquert werden. Auf der anderen Seite warten zu viele untote Schergen. Ich höre... Los, Schwestern! Vorwärts, Schwestern! Los, Schwestern! Schnell wie ein Pfeil! Rasch wie der Wind! Ich höre... Was soll ich tun? Hier! Mir nach! Schnell wie ein Pfeil! Zusammenziehen! Rasch wie der Wind! Und ja, der Wächterin... Die Hüterin erhält Eisschwert und Resistenz. Die Hüterin ist das hier. Die Wanderin haben wir leider nicht. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit! Oh, können wir aber auch mal freischalten. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit! So, jetzt noch das große Haupthaus. Das ist verdammt groß. Befehl vorwärts, Schwestern! Auf mein Zeichen! Was gibt es? Ist der Angriff vorüber? Es ist vorbei! Jetzt gilt es, sie zurückzutreiben und das Portal ins Grauschattental zu sehen. Ich werde sie nach Süden verfolgen. Gut. Wir versorgen die Verwundeten. Dann kommen wir nach. Seid vorsichtig. Sie sind noch nicht geschlagen. Und sie werden das Portal nicht kampflos aufgeben. Eins noch. Tretet auf keinen Fall durch das Portal hindurch. Sie haben es auf der anderen Seite gesichert. Die Wachen dort würden euch in einem Augenblick zerfleischen. Okay. Ja, erstmal müssen wir warten, bis wir die Nahrung zusammenkriegen. Um noch mehr Truppen auszubilden. Daran sind ja auch unsere Jäger dran. Indem sie Bären und ähnliches jagen. Ja, stimmt ja, ich könnte sogar Darlene und äh, was auch immer das andere ist, hoffentlich Holz nicht Eisen nutzen, um ... ... ... den Titanen dabei zu rufen. Okay, wir haben ... ... die Nahrung. Das heißt, wir können jetzt Hüterinnen ausbilden. Die uns etwas Nahkampfunterstützung geben. Befehlt. Sie sehen auch gut gepanzert aus. Das Bauwerk ist vollendet. Sehr viel Holz. Und Linie. Mhm. Das heißt, es wird langsam mal Zeit für einen Meisterholzfäller. Sprecht, das ist nicht weit. Wobei, bevor wir den bauen, hätte ich gern noch eine zweite Schützenhalle. ... 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 Das ist übrigens gemein, muss ich sagen ... ... ... ... ... ... ... würden wir das mit Menschen könnten wir Paladiner ausbilden die würden die Untoten überrennen Schnell wie ein Pfeil gut das Gebäude ist fertig jetzt kommt endlich der Meisterholz äh also die Holzfelder gilt ne doch der Meisterholzfelder den brauche ich ja nicht mal weil ich habe das Gebäude ja schon platziert so an 1500 wenn wir nicht so schnell kommen mein Burgen für die Rune seid auf der Hut ja seid auf der Hut und ja gegnerisch äh Truppen überall die Spinnen können wir vorerst ignorieren die holen wir uns dann auf dem Rückweg wir gucken dass wir die Untoten hier überall besiegen das Portal sichern befehlt so der Meisterholzfelder ist fertig ich würde sagen das ist dann auch die perfekte Stelle um zu speichern und einen Cut zu machen dann speichern wir nochmal hier dass wir am richtigen Ort dann auftauchen noch nicht beim Meisterholzfelder also bis gleich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal